Die hohe Frau von Reckenstein Die hohe Frau von Reckenstein Die hohe Frau war ganz entzückt, ganz entzückt, ganz entzückt, ganz entzückt. Der stecken rein, der sagt ist stolz, sagt ist stolz, sagt ist stolz. Der ist auch aus besonderem Holz, besonderem Holz. Acht Schuss, die hab ich heut noch drin, heut noch drin, heut noch drin. Die hohe Frau Reckenstein, die war ganz hin, war ganz hin. Das Bumstum krachte fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Die hohe Frau fand's wuniglich, wuniglich. Für wahr, das ist ein toller Mann, toller Mann, toller Mann, der achtmal hinten und schießen kann, schießen kann. Doch nach dem achten Schuss wie dumm, Schuss wie dumm, Schuss wie dumm, da fiel der Schütze glatt wie gumm, glatt wie gumm. Er war der letzte Stecken rein, Stecken rein, Stecken rein, wie schade sagt Frau Reckenstein, Reckenstein. Nun ist es mit dem Schießen Schluss, Schießen Schluss, Schießen Schluss und schultern war der achte Schuss, achte Schuss. Der achte Schuss.